So, was sollen wir uns anschauen? Wenn du ein kurzes haben willst, dann am ehesten Wild West. Okay, Wild... West... Ja, keine Ahnung, findet man das so schon? 2 von... Ah, Tom von Steenberg, vor 2 Monaten. Genau, ja genau das. Okay, schauen wir uns an, Wild West 2 von Tom von Steenberg, bin ich gespannt. Monster Energy. Aha, 1,6 Millie aufrufen. Let's go, let's go, 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 go. Tö, 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 tö. Yo, das kann ich eh schon von Instagram, oder haben wir das schon mal angeschaut? Nein, haben wir das nicht angeschaut, oder? Nein, ich glaube nicht, aber fucking fetter Superman. Boah, Alter, schaut's an, wie der das Rahl nach vorkickt. Ha ha ha, Alter, Alter, schaut's her, er berührt mit dem Helm das Vorderrahl. Alter, habt ihr schon mal sowas gesehen? Alter, das ist krank, oder? Alter, das ist mir jetzt, auf den ersten Blick ist mir das noch gar nicht aufgefallen, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Haben wegen dir vor drei Jahren angefangen, Rahl zu fahren. Juhu, geil. Freut mich, das ist mega geil, wenn ich euch so inspirieren kann. Weiter geht's. Nochmal zum Video, interessant ist auch die Farbabstimmung, wie die das gewählt haben, dass du nur das Jersey in Farbe siehst. Ja. Ja, ich meine, da sieht man schon ein bisschen wieder, dass das Rot durchkommt. Aber ja, das ist halt der Wild Wild West sein. Feier hier in diesen Jahren, weiß ich, ich bin gespannt, was noch kommt. Ja, das ist die Absicht, du siehst ja nur das Jersey in Farbe. Ist das Absicht? Ich glaub's. Ja, du siehst ja wirklich nur das alte Jersey, alles andere ist grau. Alter, muss mega geil zu fahren sein, oder? Ja, stell dir vor, so eine lange Gerade darunter, stell dir vor, oh, was, wie du da die Bremsen aufmachen kannst. Und nachher, oh. Na ja, das, bah, das stellen wir geil vor. Hui. Das ist das Gleiche wie in Whistler. In Whistler ist eigentlich so, von den Jump Lines und so, das ist nicht absolut krass. Also, also wirklich nicht absolut krass. Das ist, ja, gibt's bei uns mittlerweile auch schon teilweise Ähnliches. Aber das, was ich dort geil finde, ist, dass es so, so, so Strecken gibt, wo du voll lange Geraden hast, wo es abwärts geht, wo du so elendige Weiten, weißt du, Mann? Das gibt's bei uns, so in der Art gibt's es nicht und das feier ich mega. Yo, schon geil, schon geil. Okay, der Cut war manchmal ein bisschen zu hart. Alter. 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 Mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Ihr habt mir schon gedacht. Ihr habt da bei der Aufnahme, ne, haben wir gedacht, alter Hammerer. Du bist aber flach. Du bist aber flach, haben wir gedacht. Jetzt weiß ich warum. Okay. Boah. 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 Alter. Fuckin. Alter, als habt ihr das gesehen. Das ist ja krass, vor allem da weißt du einfach genau, dass die Chance so hoch ist, dass du aufs Maul gehen kannst. das ist hart weil da muss ja da muss es einfach scheißegal sein wenn du es magst alter was war denn das wie schmeckt die pizza ist gut ein bisschen kalt aber gut alter was waren das war diesen cork mit backflip kann man denn mal vorstellen den hat roguetkin auch mal irgendwie bei einem masters of dirt gemacht ich weiß nicht jetzt was würdest du es bezeichnen double cock 10 keine Ahnung wie ich es bezeichnen ok das wars ok ja es ist sowas ist halt krass weil also das ist halt das ist abartig fahrerisches können und der haut irgendwie abartige tricks raus aber es geht zwei minuten 20 und zeigt mir genau wie der da jetzt den berg runter fährt und die abartigen tricks macht ich weiß nicht ich bin da ich will irgendwie eine story sehen ich will unterhalten werden ich will also abartig krasses riding also wirklich abartig krasses riding gewaltig aber mir fehlt was mir fehlt so mir fehlt ein touch da bin ich ganz deiner meinung kein pizza kein wunder dass die pizza kalt ist wenn sie die ganze zeit da rum blickt ja wenn du recht hast ok aber wie gesagt abartig krasses riding und ähm geordi lann gedicted to geordi lann gibt es noch behind the scenes oder so ja hm geil geil